Dies sind unsere neuen Knickgelenk-Dumper A35E und A40E mit Vollfederung. Sie bieten die schnellste Alternative, um auf Baustellen mit schwierigen Transportwegen von dem B-Lade zu den Endladestellen zu gelangen. Der Dumper weist sowohl im beladenen als auch im leeren Zustand bei voller Geschwindigkeit minimales Schüttel- und Stoßverhalten auf. Dank der hydraulischen Vollfederung mit automatischer Niveauregulierung und Stabilisator sowohl an der Zugmaschine als auch am Aufleger. Alle Unebenheiten des Transportwegs werden von den Dämpfungszylindern effektiv absorbiert, sodass sowohl der Fahrer als auch die Ladung schonend transportiert werden. Dadurch stellen die Knickgelenkten A35E und A40E-Dumper mit Vollfederung bei unebenen Transportwegen die produktivste Alternative dar. Ein Weltklasse-Dumper braucht auch eine Weltklasse-Fahrerumgebung. Ohne einen gesunden, bequem untergebrachten und effektiven Fahrer ist es schwer, optimale Produktivität zu erzielen. Im Hinblick auf die Fahrerumgebung liegt Volvo schon seit langem an der Spitze. Im Volvo-Führerhaus kann der Fahrer sich selbst bei langen Schichten voll auf seinen Job konzentrieren. Dadurch wird die Baustelle sicherer und effizienter. Dank des Contronic-Systems hat der Fahrer absolute Kontrolle über alle wichtigen Funktionen der Maschine. Überwachte Öl- und Flüssigkeitsstandskontrollen und leichter Zugang zu den Volvo in der Entwicklung immer schon an führender Stelle gelegen. Mit den A35E und A40E-Versionen mit Vollfederung bieten wir eine weitere Verbesserung der Effizienz, Sicherheit und Fahrerumgebung, die den Transportzyklus äußerst produktiv macht und es ihnen ermöglicht, noch mehr, noch schneller und zu den niedrigstmöglichen Kosten zu transportieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war's. 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 Das war's.